moin moin und hallo und ein recht herzliches willkommen zu einer weiteren folge minecraft civil 3 ja wieder mit dabei ist natürlich der schulz moin moin unser lenni einen schlemmtastigen tag meine freunde und natürlich mit meiner wenigkeit die benni genau wir stehen hier gerade vor dem nether gebäude was wir immer noch nicht beschriftet haben ja stimmt zweiter dritter immer so nicht das gas schade ein paar fahrungspunkte so ist es mich irgendwo rein und fahrung passt auf da verfolgt sich ein pickling mich oder was hallo lauf doch hey nee ich packe jetzt hier fest hilfe macht der speck kann mir jemand helfen ich war kam sporn fest macht das ist ganz ich glaube wüsste du ach ja ich habe meine ganzen sachen verloren versucht und lauer zu schwimmen machen ich bin auf diesem blöden schweiler festgepackt aber du hast ja auch geschafft wenigstens so ich komme natürlich hier rein alles hier war anscheinend jemand hier ist noch gold glück glück 3 bringt doch 3 oder ja doch glück 3 bringt echt viel 30 aus vier oder fünf blöcken was das jetzt war ja gut ist hast du dich an der galt naga zähne und quatsch und weiter die schneine nicht mitnehmen wir werden sie aufheben die werden auch mit verarbeiten ja ich habe davon noch ein paar ja ich glaube ich habe das ganze kiste voll ich werde das nie wieder machen ich habe sowas noch nie gemacht will ich auch nicht ja der ist halt nicht von er hat sich halt nicht bewegt obwohl ich diesen pilzen lernt hatte ist so blöd das ist mir zugegeben ich habe doch gutes zeug einstecken muss ich euch sagen ja alles was sauber ist natürlich ein bisschen quartz obwohl ich gerade nicht brauche habe noch genug ich habe schon meine elbphilzen gerade weggepackt ok damit dann netter weiß eigentlich der großteil des servers wo ich wohne ja ich muss sagen ich weiß es gar nicht das ist mir klar aber wo ganz genau nur noch geguckt das versteckte dorf hinter den blättern wenn ich nicht in welchen gang ach und wenn ich dann bin ich dann noch nein in irgendeinem gang weiß es denn hier ist ein bisschen travel in netter sind alle fünf biome im netter ich bin gerade kaufen quatsch dabei habe ich genug quatsch mxp maybe ja genau das baue ich auch noch und da war das wasser hoch ich werde diesen schweiler verfluchen wenn ich jetzt töten komm her wo bist du ich lache wenn ich kommt dass du wieder drin bist komm her ich muss den töten legen kann er sich auch angreifen ich glaube nicht oder nee ich hasse diesen tag typen hat er schon quatsch mitnehmen hier alter schöne punkte ja jetzt hat er von mir ab welchen geschlagen habe komm wieder würde ich aber auch noch wenn man mich schlägt eigentlich will ich zurück schlagen aber pst pst es geht nicht Lava 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 hatte ich nicht gerade das Gold noch ganz gesehen wo sind denn die jetzt schon wieder die ganze Zeit nur Lava ja wir haben echt blöden Sporn erwischt ja wir haben kein Biom in der Nähe irgendwie irgendwie kann man damit schon arbeiten ja was wollen wir mal machen was wollen wir mal machen kannst du nicht gegen machen ja ich bin ich bin ich oben auf der Ebene aber zum Glück haben wir hier ein Dings Bob Form ist da kann man gut ja ich bin ich ja in der 3 naja oder was andere nachdem was ist höchstens block ein kraft block ja gut ja ne stimmt nicht ich habe ja schon zwei ja eigentlich ist dieser komische wie heißt es äh also ein emerald block in dieser neuen in dieser neuen Form in dieser komischen Form wie heißt diese neue Form diese äh diese komische Form äh nochmal wenn du tiefer in die Höhen rein gehst kommt doch irgendwann kein Stein mehr sondern diese komische andere Stein das ist ein Stein oder was das ist ein Stein oder was nicht Sandstein das ist der andere harte Stein Endstein habe ich gesagt Theorie oder wie der heißt keine Ahnung ne ne achso ne das ist der andere Form ein Stein Grundstein ja ungefähr so Grundstein keine Ahnung soweit ich weiß der Grundstein na Einstein genau bei emerald bei emerald bei emerald so ansässig wieder in die Lava Falle unten ne ne 1 1 1 das erste mal nach zwei Stunden erstmal für keine Ahnung plus 200 noch was ja das war emerald gefunden ja war zwar auch nur einer aber hab emerald gefunden ah dann will man da ich hab am Ende mal angeguckt ach nö ach man wir haben auch grad schon drei getötet ja ich bin hier mit äh ganz wenig Ausstattung aber manchmal ist es besser mit wenig Ausstattung als mit viel Ausstattung ja wie oft hab ich hier schon irgendwas verleumt wegen Lava keine Ahnung und das geht hier immer manchmal schneller als man gucken kann find ich aber nicht mal ich hab das Problem nicht aber gut ey man es kommt mich an egal wo ich bin hier ist nur Lava ja du bei mir aber auch jetzt ist dieser blöde Enderman weg und ich weiß nicht wo er ist er kommt dann locker raus wenn ich da ist er ja und nur Lava steine Digger zählst schon die geportet ich höre zwar ist die Endermits mich grad suchen aber wo sind die die haben Angst vor dir sehr hoch irgendwie lassen sich nicht blicken ich hab ihn ja in der Perle warm ah ah noch mehr Goldnuggets mein Charakter ist so voll der bewegt sich aber gar nicht mehr na geil hä im Winter voll hä hier oben ist ein zweites Endportal hä ist das an? hier ist ein zweites Endportal ist das an? was? ja ist das an? äh nimm mal bitte kurz die tp-infrage an keine Ahnung äh slash tp äh x tp ja ich guck mal kurz weil es hinführt glaub ich auch rein oder nicht? ich will nur gucken wo es jetzt hinführt ja aber allerdings äh äh das ist das ganz alte von wie hieß er? ah ja ich will schon mhm der hier durchgebrascht hat wo wir gesagt haben der sauer ist ja das äh ich baue es jetzt auch nicht tschuß tschuß es ist der so warte mal äh kannst du mal annehmen? äh ja ich mach es auf der anderen seite jetzt auch aus das bleibt nicht an mach ich nicht zack hallo hier ist auch ein mies g'schünsche der der hat ausgemacht der ist echt gerasht ja der wollte raschen hier wie hieß er? thomas äh thomas doch thomas oder? ja thomas thomas ja mein freund ist auch so was aber da ist haupt thomas ne sowas mögen wir das auch nicht zu raschen und ich kann noch mal sprechen und ich hier sehr rasch ich sag schon das würde mich jetzt wundern wenn er jetzt noch ein laser portal ist ich sehe das aber uns ist gewesen ich habe das nicht richtig gesehen ja das ist uns ist na gut justin hatte ja auch mal ne das hat er ausgemacht das hat er ausgemacht gehabt das war ja bei dem ja ich will es noch da damals das waren also bei diesem ja danke ich hätte gas und meine sachen verbrennt schon wieder du hast es aber heute dieser blöde gast man jetzt habe ich gar nichts mehr jetzt habe ich nur ähm dings mhm hey die sind auch alle runtergefallen auf lackmann ich hasse diesen blöden fetten gast ich höre ihn nur ich sehe ihn nicht hey an ich sterbe gleich wieder schon wieder ja aber du hör den Gals ich hör die ganze Zeit auch den Gals das ist in der Pär rett er mich komm schon ja ich war so tief drinnen nein komm raus hier raus hier raus ja nein allein ein halbes jahrs bitte nicht schon wieder bitte ach nee geh weg ich war jetzt immer slash home hab keinen bock mehr tschüss da die picklings gehen wir so auf den nerven okay das hört sich an nach meiner mining session man muss ich schon wieder den abgrund in den tiefen abgrund der welt gehen ja auch hier ist noch los doch los und los und los und das nehmen wir natürlich mehr nur noch mal mit das ist wichtig und richtig habe ich auch gar keine materialien einfach mal den mund aufmachen wir können auch helfen wenn wir die möglichkeit haben das ist wichtig und richtig genau also wir helfen auch wenn es wenn es die Möglichkeit besteht und Eisen ich glaube damit können wir helfen ja auch bitte ich müsste es nochmal kurz schuld fragen weil ich bin hier gerade noch ich bin doch gerade zu Hause bin ich gerade ja ich bin ja gerade hier äh close na ist ja ich brauche maximalen fünf oder drei reisen aber der 동안ern auch uns frage wir helfen auch wenn es möglich ist also würde ich sagen dass das machen ich weiß es ja nicht was du auch dafür wirst so viele endermans naja 36 klaus und stoffen ein dann gehen oder mir und ein erschösschen nennen den post nicht warten die angucke mei das magma slime mit proger Ja, das ist Leiden in Magma-Form. Magma-Creme. Können wir auch später irgendwann verbrauchen. Allein zum Brauen braucht man den Scheiß. Also das Problem, die kannst du nicht einzüllen. Weil sie ja nur aus Feuer bestehen, das Problem. Also das ist dann natürlich... Ja, interessant, ne? So, Magma-Schleim. Ach, jetzt kann ich auch was? Ich kann jetzt den Magma-Blöcke erstellen, oder? Na los, komm. Komm näher. Komm weg von der Lava. Abfahrt. Abfahrt. Wiederhol. So, hab ich den Gas erwischt, bevor er mich erwischt hat. Gasträne. Oder Gasträne machen. Verzaubern. Ja, Trinkebrot. Achso. Ja, Gasträne. Trinkebrot. Kindergarten mit der Gasträne könnte man auch so'n komischen Sprungkrank oder Generationskrank. Nee, nee, Feuer, Resistenz, glaube ich, war das. Achso. Ich glaube, ich weiß es aber gerade nicht ganz. Wenn du eine Festung findest, kannst du dann irgendein Bläserhaus mitnimmst, denke. Äh, nicht nur das, sondern auch Niederwarzen und so weiter. Ja, Niederwarzen braucht man immer. Ich muss, wenn ich krieg, das Töten, äh, da. Also Niederwarzen, ja. So, ja. Aber er lässt mir hier irgendwas finden. Erstmal Babypickling töten. Die Arme. Ich töte alles, was sich nicht bewegt. Ey, hier zu bewegen, das ist echt kritisch. Ich hab nur Lava um mich herum. Gibt's hier ne, ne, irgendeinen See oder so? Äh, auf der Karte müsste eigentlich im Fluss eingezeichnet sein. Nächste. Ich muss beim Wasser Emotiv machen. Warum? Äh, die Höhle. Ich will nicht sterben mit meinen, äh, zwei Strichen XP. Achso. Mein Inventar ist natürlich mal wieder fast voll. Oder ist voll. Kannst du dann hier irgendwas noch? Ja, ich will aber noch die Goldnachelsbiss neben mir. Äh. Hä, was ist das da unten? Ein Dorf? Sieht mal ein Haus auf der Karte? Nee. Jetzt muss ich bald erweitern. Klaus da und... Ist unten links auf der Karte ein Dorf? Ist das ein Dorf, oder? Unten links, ja, das ist ein Dorf. Aber es leer. Nicht so. Mein Freund will den Server joinen, darf der das oder nicht? Erst mal Vorstellungshunde. Nee, das gehört er mir zur Vorstellung. Okay. Einfach so kommt er nicht. Ja, der hat halt kein Discord. Aber die Discord-Unterhandlung. Ja. Ja, hafte auch. Weil, also, wenn wir machen bei dem Projekt mit, ist ja kein Problem, aber... Die verständigen wir uns ja nur über Discord. Genau, und das ist ja ein Community-Projekt halt, ne? Also, wie gesagt, wenn er sagt, dass er nicht mitmachen will, dann, ne? Zwecksaufnahmen, dies, das und jenes, dran, da, da wird das halt nicht, ne? Achso, jetzt habe ich übrigens Kletterstein, war das Benni. Achso. Was ich arbeiten möchte, äh, beim... Ach, Kletterstein, das ist ja leicht. Ja. Aber ich glaube auch noch ein bisschen was. Ja, ich bin jetzt gerade noch nicht auf den Namen gekommen. Jo, ist das ein für... Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Einfach, äh, schlecht, erst mal herzleerschaum, oder? Nee, doch nicht, doch nicht, doch nicht. Ich habe mich gerade im Wald verhört, ich bin zu Hause wiedergefunden. Ja. Also, wie viel los soll das denn hier? Brauchst du das? Klaus noch nicht nur alles kommt mit, alles was ich finde. Ja, ich glaube, ich bin richtig im Richtig. Das ist ein Richtig. Kippen jetzt auch an den G-Master. Ja, du, das, was wir kriegen, nimm mal mit, mein Gott. Ich habe, ich habe M-MG gemacht und bin nicht gestorben. Hä? obwohl ich sie nicht getroffen hat in einem also mir gibt es kein Sinn und wie ich mich aus tun einmal groß und schocken dafür ist was ist jetzt habe ich den Menschen kommt habe ich gerade im gottmord geführt ich darf wegen babyzombie hallo vom skelett erschossen ich habe auch die runde und die ganze zeit aber das gelät ist kein babyzombie ja da hat mich halt auf man hat mich der schon gemacht ich bin dumm nicht mehr er ist die gemerkt wurde wo du brauchst ja dann schnell allein ich bin gerade wie es im boot ich weiß nicht wie viel zeit da hat bis das zirk weg ist und dann bin ich wieder da oder jetzt nicht einen anderen befehl macht ja da liegen ja meine sachen diesen kack skelett ich hoffe du so wir machen erst mal kurz hier slash home würde ich auch sagen damit enden so folge wir werden glaube ich noch ein bisschen weiter machen ja würde ich sagen ich hoffe es hat euch gefallen schaut gern am ersten mal wieder rein mal sowas an ihr könnt doch gerne auf instagram schreiben ob er mitmachen wollt aber das ist unsere discord bei der beschreibung verlinkt natürlich er nimmt er mir schon die worte aus dem munde kennt sich jemand aus ja gut mitgelernt jetzt 46 goldwaren habe ich jetzt rausbekommen und ordentlich leistung ja finde ich auch mit der kann man arbeiten damit würde ich sagen ciao ciao und bis zum nächsten mal tschüss tschüss